Okay, ich hole mir mal ganz kurz die Bots und wir probieren heute mal wieder eine extrem auffällige Falle zu machen. Dazu brauche ich aber erstmal hier die Karte. Sehr stark, da ist sie. Das haben wir tatsächlich schon in einer der letzten Seasons probiert und ob das aufgehen wird, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ah gut, warum nicht? Wir werden ganz kurz hier das Laser-Ding da aktivieren. Dann hier die Wände kaputt machen. Dann werden wir hier die Karte platzieren, genau vor den Tresor. Und werde jetzt hier mit den Minis, die ich jetzt gerade gesammelt habe, so eine Schlange machen. Also eine, die ist wirklich sehr, sehr auffällig die Falle. Ich hoffe auch, dass in der Zeit jetzt kein Gegner kommt. Hier waren auf jeden Fall welche, aber ich denke, dass sie tatsächlich jetzt noch nicht auf dem Weg sind. So, jetzt was ich machen werde ist, mich ganz einfach hier in die Ecke chillen mit einer Cone. Und werde jetzt einfach warten, bis ein Gegner kommt. Wenn das klappt, das wäre insane, ne? Wirklich. Das sind Steps, das sind Steps. Da kommt jemand? Komm schon, bitte, 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 bitte. Er ist hier extrem close. Checkt ihr das? Checkt ihr das?